Das wunderbare Christmas on the Rocks Benefizkonzert der IG Rock Eichach Präsentiert vom TSV Restaurant und der Wandelbar Wir werden gern vorgestellt als klassisches Orchester, aber hinter diesem klassischen Orchester verbirgt sich auch eine Big Band. Die können auch Big Band Swing spielen, wenn es sein muss. Das werden wir jetzt mal zeigen mit einem alten amerikanischen Klassiker, Frosty der Schneemann. Allerdings singen wir den auf Deutsch, denn die Geschichte erzählt, dass der Frosty eben auch mal in Eichach war. Also manche werden sich vielleicht wundern, so ein berühmter amerikanischer Schneemann, warum der jetzt unbedingt in Eichach gewesen sein soll. Aber wir finden, wenn die Sissi in Eichach war, dann kann der Frosty genauso gut in Eichach gewesen sein. Also Wolfi, bitte starte die Big Band. Frosty, der Schneemann war ein supercooler Typ. Ganz aus Schnee und Eis war er gemacht, mit nem Bauch zwei Meter dick. Frosty, der Schneemann stand am Rathaus nur so rum. Trotzdem hatten ihn wie Kinder gern, und sie tanzten um ihn rum. Vielleicht lag's am Zylinderhut, dem im Sissi-Schlossmann fangt. Kaum setzten sie ihn auf, das Ding ist doch bloß die losgegangen. Mit seinen kleinen Freunden konnte Pfangen er nun spielen. Trotzdem oben rum und dann kommt er nur so dahin. Frosty, der Schneemann war ein supercooler Typ. Ganz aus Salz und Schnee war er gewandelt, mit nem Bauch zwei Meter dick. Frosty, der Schneemann stand am Rathaus nur so rum. Frosty hatten ihn die Kinder gern, und sie tanzten um ihn rum. Vielleicht lag's an dem Kinderpunsch, denn der Frosty ist so gern dran. Er macht ihn weich und schlappt den Bauch, bis der Frosty ganz verschwand. Frosty, den Schneemann, den vermissen wir nun sehr. Darum Kinder, schnell die Handschuhe raus, wir bauen Frosty wieder auf. Die Christmas on the Rocks Festivals Drinks. Die Christmas on the Rocks Big Band. Vielleicht lag's an dem Kinderpunsch, denn der Frosty ist so gern dran. Er macht ihn weich und schlappt den Bauch, bis der Frosty ganz verschwand. Frosty, der Schneemann, den vermissen wir jetzt sehr. Darum Kinder, schnell die Handschuhe raus, wir bauen Frosty wieder auf. Yeah! Das Christmas on the Rocks Ensemble 2011. Ja vem! Applaus Ja, vielen Dank. Weil Sie sind, spielen wir jetzt noch einen, das haben wir die letzten Aufführungen nicht gemacht, das ist jetzt völlig unvorbereitet, jetzt wirklich, ja. Und haben Sie ein bisschen einen hohen Blutdruck, oder wie? Also ich glaube, wir müssen Sie ein bisschen beruhigen. Wir werden jetzt zum Schluss noch von den Engeln singen, von den Angels, mit einem Lied von Robbie Williams und damit verabschieden wir uns endgültig. Oh, oh. Wer war das? Give me your number. him. Ich helal das. Ich hel segne dir. I see the weight Does an angel contemplate my fate And do they know the place is very good When we're gray and old Cause I have been told That salvation Let the wings unfold So when I'm lying in my bed It's riding through my head When I feel love is dead I'm loving angels instead Went through it all She offers me protection A lot of love and affection There I'm rather wrong Down on one floor Wherever it may take me Another life won't break me When I'm come to go She wants to save me I'm loving angels instead When I feel weird When my pain was down One way is pretty I look above When I know I've always been blessed with love And as the beauty grows She brings blush to my bones I'm loving angels instead I'm loving angels instead When I feel weird Oh, she offers me protection A lot of love and affection There I'm rather wrong Down on one floor Wherever it may take me Down on one floor And all the love won't break me I'm better come to go She wants to save me Under the angels instead guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was soll ich noch sagen? Supergeil! Supergeil, supergeil! Geile Musiker! Warum ich das unterstütze? Weil es einfach Spaß macht, um die Musik zu hören? Ja, es reißt einfach nichts. Und das hat man auch an den Zuschauer. Heute hat man es besonders gemacht, als wir an den Zuschauer. Also, es macht total Spaß. Und das Publikum heute war absolut spät. Gleich in Stimmung und nachdem gestern angedroht wurde, die erste Reihe muss auf Trab gebracht werden, indem wir ihn auf den Schoß springen. Das war gar nicht nötig, weil die gleich abgegangen sind. Ja, super war's! Schade, dass das beim letzten Mal ist. Alle Lieder total super. Don't stop me now. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und Miethof überraten. Oh, ich glaube, das letzte Lied hat mir am besten gefallen. Die Bühnenschau, ja doch, die Fahnen, die waren super. Ich mache jemanden Grüßen. Ja, meine Familie. Die Julia, wenn sie das sieht. Hallo, Julia. Ich hab das geschrieben. Ja, ich grüße meine Mama und verspreche, dass mich nächstes Mal rechtzeitig um die Karten kümmert, dass sie arbeiten. Sehr schön. Das hat so Spaß gemacht. Ich finde es einfach so schön, dass die Musik berührt einen. Ich muss sagen, dass mir inzwischen Man in the Mirror sehr gut gefällt. Es gibt Stücke, die andere Leute raussuchen und andere Leute vorschlagen. Und wenn ich die das erste Mal höre, denke ich mir, okay, so ein Michael Jackson. Und dann begeistert mich das Stück gar nicht so. Aber das gefällt mir richtig gut. Und ich freue mich jedes Mal auf diesen Man in the Mirror. Und der Ding singt das ja auch super, der Andi, mit seinem Schreit. Super, 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 super. Total geil. Wirklich, ohne Schmarrn. Ihr gehört nicht auf die kleine Bühne, sondern auf die große. Einer besser als der andere. Alter Stil, neuer Stil, Barock. So. Toll. Feliz. Absolut genial. Hochprofessionell und wir sind absolut beeindruckt. Nur Begeisterung und nur erste Klasse, dass sowas in euch auch gibt, ist eine Sensation. Wuhu! Wuhu! Geil! 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 Das wunderbare Christmas on the Rocks Benefizkonzert der IG Rock Eichach Präsentiert vom TSV Restaurant und der Wandelbar Präsentiert vom TSV Restaurant und der Wandelbar